Hallo zusammen, mein Name ist Matthias Otte von der Bundesnetzagentur. Wir in der Abteilung Netzausbau haben Ihre brennendsten Fragen zusammengefasst und daraus ein neues Format kreiert. Otte erklärt's. Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie in den nächsten Wochen jede Menge Erklärvideos zu Themen des Netzausbaus. Genießen Sie diese und freuen Sie sich auf spannende Themen. Bis dahin, Ihr Matthias Otte. Vielen Dank.